Protokoll von der Kirmes M.I.O.R. 65 Normese-Matti Wisst ihr ähnlich, wie Gär, Anerleit, ob aus Kirmes kommen? Wahl 150 Leid, seien im Nahen Osten zu Fuß fortgangen. Ob so Anerwitt nicht kommen wollten zum Feiern? Na, wer ist es nicht? Der griechische Finanzminister, wohl sei ich normal 200 Millionen Euro leihen. Wisst ihr, wofür? Das wird zu feiern, halb bei Os, ganz klar. Aber die Bergkäsler-Bärja-Bär war bei Rosenkai die Schienenumzug am Samstag dabei. Und nicht nun, weil es in Bergkäschen China gewesen wäre. Und um sich, von der viele Leiden aus Anerleinern zu unterscheiden, holen sie auf ihren Autos ein Schild, dropp. BKS bin kein Syrer. Das Bergkäsler-Bärja-Bärja-Bärja-Bärja hat man am Wähler gemerkt. Das hat nie als Besuch geränt. Aber das Wicht aus Korn heißt, feiern können wir auch feuchtfröhlich. Denn in den Winzern haben wir den Kälern ledig gemacht. Und 119 seien ich ja, die Wittlers Andreas und sein fleißig fölkische Gebrutzeltonnen seien ja auch nicht so schlecht. Für mich kindet dies ja schon gern, das Staat hat ein Dolmetscher-Tool für all die Freemen gemacht. Für all das, was man in Wittler-Blatt so kreilisch hin sorgen kann, muss es ihr müsst gern, denn das Dänen übersetzt. Auch in Arabisch Sprache. Denn Sprache ist das Wichtigste bei der Integration. Im WWW steht weilen, wenn einen, der nicht hei daheim ist, das Schniss zu voll hält und über alles hei schennt, da sät ma, dat es in Freemen. Und der kann bleiben, wo de Päfer wächst. Maßen dort mit ihrer Kopftuch-Kompetenz hilft der Schoren von Weibsleiten. Kleinst ihren Albert erklärt die Kultur vom rheinischen Abendland. Wenn friedlich hei mit O's feiert, denn es hei gär gesehen. Und zu sehen giftet auch ebbes Neues, Glaskunst, ob dem neigemachtgegebenen Schlossplatz. Uf sieben Stählen ersteht Burg Ottenstein Nei. Dock hinnensai schnitt nur in die Freemen vier Stählen, wat ma unna der Schlossgalerie all begraufen hot. Da zählt allen Staatsschreiber und allen Rortsherren und Ratsleit und das Schreifen weilen hei.